Das ist nicht mein Job. Mida, sag mal, kurz auf. Du bist dran heute. Wo bist du denn jetzt wohnen, Beatty? Ah, kurz auf, Beatty. Ja. Vielleicht das Timing. Es geht gut los. Ich hab Angst. Bist du alleine? Hast du Angst? Ich bin kein Geh nix. Ich hasse das einfach nur so sehr hier. Oh, jetzt hab ich was gefunden. Ich bin nicht so langsam wegen... Weil du das fette Ding da in der Hand hast. Oh? Ich spiel's Hake. Au. Au, wow. Ach ja. Bade. Oh, schon ein kleines Hüngerchen jetzt hier, ne? Ich bin am Frieren des Todes. Kalt ist es auch. Ich hab ne kurze Hose an. Das ist nicht gut. Oh, ich hab genießt. Mida schon krank. Es geht gut los. Kann ich daran sterben? Ja, natürlich, Mann. Ja, sicher. Klettert rüber. Oh Gott, hier sind viele Zombies. Okay, lass mal wieder durchgehen. Ich geh hier hinten lang. Ich bin doch in dieses Haus heran reingucken. Nein, da war kein Platz mehr im Dodge. Eigentlich hab ich nicht gedacht, dass wir das heute nur schaffen mit Daisy. Deshalb wollte ich Dodgen, aber wenn wir doch hinbekommen. Surprise, ne Autobatterie, die kann ich nicht essen. Junge, hier war doch irgendwo ein Brunnen. Oh mein Gott, wie viele sind denn da? Ganz viele. Ich bin jetzt wieder bei den Bahnschienen hier, ne? Oh, echt? Ich bin weitergelaufen. Auf der Straße. Versuche, hinten bei den Häusern was zu finden. Rechts. Richtung Wasser. Mida, nicht sterben. Okay? Ach, wenn, dann... ...decke ich mich einfach wieder. Oh, Schuhe. Oh, ich hab schon wieder gemischt. Ich muss mal eben gucken. Oh, keine Pflaume. Ich hab ein Seil. Perfekt. Ich hab eine vertrocknete Pflaume gefunden. We're dead. V8, B2. Wow, Polizei ist ja neu. Wee. 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 Oh, la, la, la. Pew, 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 pew. Oh, that you want is not a baby. Warte, warum? Oh, that you want. Wenn einer Munition findet für Dings, Schrot findet, dann bitte behalte den. Merci. Oh, Mann. Oh, ich... Und hier ist noch eine Spitzhacke. Und... äh... Gummistiefel hab ich, ähm... ...aus wie ein Bauer. Richtige Flodder. Ist PUBG, ja. Wo Beatty? Der ist, glaub ich, ganz kurz auf K gerade. Da bin wir wieder da. Oh, Anwalt, Digga. Oh, Anwalt, Digga. Hab doch sogar was gesagt, Digga. Oh, Dosen-Spaghetti. Ich merk schon, Mila hat auf jeden Fall die bessere Route gefunden als ich. Was mach ich damit? Wie ess ich das? Du musst sie aufmachen mit nem Gegenstand. Das heißt, du nimmst die Dose in die Hand, ziehst den Gegenstand auf, kombinieren. Je nachdem, ob der es aufmachen kann. Ja. Okay. Kann man die Magazine nicht... Das sind ja viele Zombies. Kann man die Magazine nicht mehr so auf... Ach doch, kann man wohl. Sorry. Profi. Bald kommt Minecraft, ja, ja. Psssss. Hm. Geil, Minecraft-Pommes. Ja, ich hab ne Pistole. Wird immer gefährlich, ja. Hallo, wir haben nur gesagt, wir spielen der Sie, warum wundern sich jetzt alle? Ihr süchtigen nach GTA, süchtigen RP-Zombies, ihr. Hauptsache, die Oma freut sich. Genau, Hauptsache, die Oma freut sich. Soh, no, du. Soh, no, du. Wee. 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 Ich frier immer nur. Ich hab doch dicker Kahn. Was will der denn? Doch, kein Deutsch. Wie Deutsch. Uuuuh. Lackschuh. Ha. Mila, wir sind gerettet. Warum? Ich komm mal zurück. Bist du. Hinter dem Hauf. Ah, hier gab es doch einen Brunnen, Mann. Wo war denn der Nummer? Kein. Was ist das denn? Willst du die Knochen mitnehmen? Ja. Kann man die noch essen? Geht die noch? Das ist eine getrocknete Zucchini. Die kann man nur essen, oder nicht? Oh, du kannst essen, ja. Du hast eine Bratpfanne. Die sieht aber nicht sehr gut aus. Meine Bratpfanne. Okay. Ja, das ist die erste Map. Ich wollte eigentlich die neue machen, aber... Eine Mütze. Musst du mich gerade mit der leeren Waffe zu erschießen, Mila? Vergifte ich mich jetzt nicht. Ein leichtstäbischer. Brauchen Brunnen. Oh, hier liegen Äpfel. Es gibt sogar drei Maps mit Sean and Daisy. Schon lange. Mila? Ja, mein Freund? Hier liegen Äpfels, wenn du Glück hast. Ich brauche einen Brunnen und dann kann ich zu Lucky und Mila rennen. Ich brauche auch einen Brunnen. Bitte. Ich habe brechnke Fingers. Aber nicht die verdorbenen Äpfel essen. Da vorne, glaube ich, war ein Brunnen. Ich habe Angst. Wo sehe ich, dass die verdorben sind? Das steht dabei. Das ist der Status im Inventar. Ah, makellos. Okay. Makellosen Äpfel. Ich bin eine getrocknete. Ich gehe nochmal hier hin. Makellos durch sie nach. Ah, boh. Ah, boh. Ah, boh. Ah, boh. Ah, boh. Wie, Zombie, guck mal. Ach, tschu. Zieh mal mit an, Kollege. Oh, jetzt schalten wir und warum Ruhestand. Der ist verdorben. Den essen wir lieber nicht. Ui. Der brauche ich nicht. Tagsam. Eigentlich wird der Edel auch noch mitspielen, ne? Ich könnte schwören, da vorne war irgendwo ein Brunnen. Zumindest damals. Oder hier? Boah, Wasserflasch. Edel hat sich nicht damit verlaufen. Edel kam mir überhaupt gar nicht klar. Oh, da ist ein Chicken. Fick das, Huhn. Fick das, Huhn. Jetzt sind meine Hände schmutzig. Meine Hände sind auch schmutzig. Ich bin krank, deswegen. Echt jetzt? Ja, ja. Ich glaube, ich mache nicht mehr so lange. Ed's Maul. Ich brauche Medizin. Ich renne jetzt los. Scheiß drauf. Ich habe nur Zucchini und Reis. Ich habe ein Funkgerät. 40 K. Könnt ihr haben. Oh, Digger. Ja, der Charakter fängt an hier rumzukotzen. Nee, ich helfe Mila ist dabei. Die zockt jetzt zum allerersten Mal. Wir machen einfach wieder so chillige Daisy-Pöme-Kiss hier. Das ist nichts volles, Server. Äh, Flappo danke schön für 500 Bits. Und für den Reisab im 15. Prime und Imperator danke für den Prime 5. Otto von Kessel danke für den Reisab 8. Steffi danke für den Prime im 4. Zayna danke für den Prime im 4. Makeout Hill danke für den Reisab im 17. Küss mich. Nein! Ich glaube, da hinten kommt gleich so ein kleines Dorf, wo man sich die Hände waschen kann und trinken kann. Ja, Luis, wissen wir. Das war aber Backseat Gaming, was du gemacht hast. Und das war sogar Meta. Wow. Wieso hat der das IC verwendet? Meta Seat Gaming. Wie ist denn überhaupt die Qualität vom Streaming vom Spiel? Ruckelt das oder so? Oder alles gut? Weil das verbraucht schon ein bisschen mehr als GTA. Der eine sagt alles gut, der andere sagt ein bisschen Hakel. Ab und an ruckelt. Lüge. Biti, bist du schon hier in der Stadt? Ich bin schon, ich bin gerade an der Feuerwehrstation. Nein. Kann man sich ja mehr die Hände waschen? Ja. Echt? Wenn ich jetzt da hinlaufe und du lügst, ne? Darüber gehen. Ja, sollte. Eigentlich müsste das. Und ich versuch's einfach an, sonst bin ich tot. Boah, wenn ich das schon höre, ey. Wollt eigentlich nie. Junge, da mach's halt nicht, Alter. Ich bin gleich tot. Nein, wir spielen heute kein GTA mehr. Machen wir nicht. Ich muss aber im Brunnen sein. Ich muss nämlich auch unbedingt trinken, sonst bin ich tot. Ich mach mal Dings. Machen wir mal einfach auf hoch. Oh, Junge, ich reparier die Jacke und find dieselbe Nummer und gut. Oh, in Angeln. Wuckelt immer noch. Wuckelt immer noch. Noch schlimmer. Was denn jetzt? Okay. Ich hoffe, euch schon ein geht's gut. VT und Mila sind gemutet. Super. Gut. Ich lauf doch. Ich werde dich gleich verhauen, Mila, wenn ich dich finde. Nee, komm, ich bin krank. Buss dich an. Dann kannst du dich ja nicht wehren, das ist ja gut. Merhaba, Rakan. Uh. Halbe Nemo. Betty Go, du Lügner, danke für den Prime-Zeiten. Gib mir deinen Rucksack. Ich will den in schwarz haben. Ich brauch wieder mein Dings-Outfit. Hier ist schon eine Spur von toten Zombies. Krokodil, danke für den Rucksack-Vierten. Ich glaube, ich kann Daisy nicht mit Medium-Preset spielen über OBS. Wie, dir hast du was zu essen? Ja. Kannst du mir das vorbeibringen? Boah, schwierig, Digga. Ich verkloppe dich gleich, Mila. Nein. Nein. Dafür musst du mich erst mal finden. Ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Weiß nicht mal, wo du bist, Digga. Wo bist du? Bei dem Brunnen. Oh, wo ist denn der Brunnen hier? Ich muss gucken. Wie, ihr habt das schon gefunden? Ich bin hier ganz alleine. Ich laufe auch gerade alleine. Auf der Suche nach Medizin. Wir sind mit vier. Kotzt halt einfach die ganze Zeit. Ich verreck gleich. Ihr braucht Antibiotika, Alter. Ist hier keine Arztstation irgendwo? Er hat auch ein bisschen den Hügel hoch. Ich freu es nicht. Ich freu es nicht. Er lebt in der Gegend. Das geht gerade so krass runter. Ist der private Survivor? Ist Survival Camp für Mila. Kannst du einmal schießen? Hast du eine Waffe? Nein, ey. Einfach auf die Hauptstraße. Tagsam. Boah, Alter, hier sind überall. Tagsam. Ja, ich habe hier halt so viele Zombies. Ich kann gerade nicht schlafen. Mila, weißt du, wie du haust? Ja, die hat mich schon gehauen. Die hat mich schon gehauen. Die weiß hat die Blöde. Wegen Mila sterbe ich hier nicht. Komm, links, rechts. Aua. Jiff, gestirbt, sagt der Chat. Haben die auch recht. Warum? Stirbst du? Ja, weil krank und so. Und kein Essen. Warst du nicht gerade schon mit Mila unterwegs? Ja. Ey, ich blute. Ja, dann musst du dir einen Verband anlegen. Du hast so weiße Strippen in deinem Inventar. Ja, Strippen. Strippen, by the way. Mann, lass es sein jetzt. Strippen ziehe. Lass dich nach. Biti, wo bist du denn? Ja, ich laufe die Straße in den Nacken. Ich bin mitten in der Stadt. Eben, du rätst mich auf, ne? Jetzt hilf dem Jiffke doch mal. Sieben Stunden müssen wir uns wieder suchen, Alter. Biti, warum hilfst du mir nicht? Ach, komm, ey. Bist du bewusstlos? Nee, aber die ist schon wieder hinter mir. Warum denn? Ja, Zabi, fick sie. Aber ich mache einfach jetzt hier ein bisschen. Oh, nein, nein, nein. Das sollte ich nicht tun. Bring doch. Wo du auf Unity spielst. Komm hier rüber. Hier ist der Brunnen. Was brauchst du essen, ne? Ja, wenn du Feuer machen kannst oder sowas, wäre auch nice. Ich habe nämlich Hühnchen dabei. Keine Ahnung, ich habe nichts zum Feuer machen. Okay. Hier ist Paprika. Ja, wenn es einmal ruffelt, ist nicht schlimm. Mach dir hier nur eine Dose auf. Boah, jei. Auch wenn ich selber gleich verhungere, wegen der du schuhen. Dann berat doch das Hähnchen hier. Mit welchem Feuer? Keine Ahnung, geh in ein Haus mit der Pfanne und mach Feuer. Ja, ja. Man muss mal alles alleine machen. Weil dessen hat Mila auf so einen Stich gelassen. Lucky gehört zum Läscher, wenn ja. Ich bin einfach verloren. Ui, ich bin bei, wie heißt der Scheiß nochmal? Riffy? Bei diesem Militärboot? Da gibt es doch Militärloot, ne? Oha. Gleich halb M4, alles wegficken, Junge. Hoffentlich finde ich da ein paar Konserven. Mila, kommst du auch zu uns? Ich spiele auch der ZZ-Release. Ich wünschte, ich will es durch. Was ist denn? Bist du am Bluten? Nein. Ui. Oh, irgendeine Zombie-Alte rennt mir nach. Ja, da musst du die verkloppen. Aber ich kann nicht. Die ist gleich in der anderen Stadt. Oh mein Gott, ich bin krank. Warum? Auch krank und mein Leben geht runter und es blinkt. Ich bin gleich tot, Biti. Ich sterbe, Alter. Biti, ich bin gleich tot. Wo ist denn hier die Krankheitsstation? Ich bin krank. Biti, es bringt nicht mehr krank. Doch, wenn der Antibiotika ist, bist du nicht mehr krank. Kotz aber die ganze Zeit. Ja. Mein Leben blinkt, Biti. Es blinkt. Ja, ich kann nichts tun. Biti, es ist Red. Aber solange ich Aupo ist, ist alles gut. Wir werden einfach so verrecken, Alter. Oh, ich bin sicher. Biti, ich werde die Paprika hier nicht essen. Okay. Ich bin tot. Die kannst du lieber essen. Aber die Spaghetti, die habe ich gerade schon wieder aufgekostet. Ja, ich weiß doch, wie das ist. Ich schneide dich jetzt auf. Ja, ich habe ein Messer dabei. Kannst du gerne machen. Lass mich irgendwas finden. Isst mich, Biti, isst mich. Du Schweine. Oh mein Gott. Komm her jetzt, Biti. Bist du jetzt noch am Leben oder tot? Ich lebe noch, aber ich bin gleich tot. Jede Sekunde. Ja, dann nur noch Messer nach, drück F11 und drück linksklick. Wieso, ich möchte, dass du dabei bist. Ja, du kannst den, kannst du dann sein Fleisch nehmen? Ich bin nebensmüde. Ich habe ganze Reis. Wenn du Menschenfleisch isst, dann stirbst du nach einer Zeit. Biti? 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 Kann man immer gebrauchen. Der Rest kannst du halten. So ein totes Stück. Hallo? Such mal lieber nach Mila. Ja, das ist jetzt die nächste Frage. I'm lost. Oh, deine Schuhe sind aber gut. Ey. Ich hatte meine Schuhe. Ich bin zurück in der Stadt. Oh nein, da ist noch so eine... Oh mein Gott, da ist noch ein Zombie. Ich bin da gespawnt, wo ich wohin gespawnt bin. Yeah. Soll ich dich aufschlitzen? Ui. Ui. Ui, guck mal, Memo. Anzugjacke für Frauen. Mila, wo bist du? Ich bin... Ich bin... Lauf einfach die Straße entlang. Läufst du der Hauptstraße entlang? Ne, ich bin gerade wieder in einem Haus, weil draußen sind Zombies und ich habe Angst. Wieso bist du so leise? Ich bin nicht leise. Wer ist hier leise? Ich habe nichts umgestellt, ist alles wie immer. Lüge. Ich habe dir eine Leuchtfocke geworfen. Eine Leuchtfocke. Okay. Moment, ja? Oh mein Gott, ich bin krank. Lüge. 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 wieder respond ich glaube ich muss mir gleich die kugel und kannst du die kugel geben ich habe ein messer reingehen in den hals zu sein direkt vor bt jetzt traumatisiert aber ist das ein zombie oder das immerhin frag ihn fragt es sieht beides gleich dumm aus ich habe nicht zugehört aber das ich darf zweimal ich glaube ich bin gleich in berenzino wenn ich mich nicht täusche nice oh mein gott hier sind ja auch so viele direkt nach riffy kommt und ich muss unbedingt medikamente finden halt auf zu lügen mit leise mann die ärgere ruhe jetzt hier ja die sagen ich bin leise und so geht ja süchtigen monster die junkies die leise okay ich guck mal vielleicht hat sich dort umgestellt wie auf einmal lügen die nicht mehr oder hat sich aber nichts kann nur lauter machen hier hallo was geht die welle lädt jetzt bin ich aber lauter das ist meine rettung nicht statt wer schreibt mir in whatsapp und berenzino ist da bestimmt irgendwo ne dings oder so ne medic ding soja aber wo noch mal hier ist ja mit he he kann ich nicht viel anfangen lucky wenn ich das wüsste wo da da ist noch die ganze map einfach komplett verändert ich wo ist die nix mehr aber ich kann mila schon riechen gegen den wind naze stinkpenner alles klar sagt dass deiner schwester mach doch dann verpats ich dich auch bei der ich habe auch einen bei den wollte ich dir eigentlich schenken voll süß aber da du so ein frecher wixer bist legst du deine handgranate rein das geht doch gar nicht mehr wie ging das klar kannst du eine handgranate reinlegen wenn einer den teddy aufgehoben hat ist er explodiert das war witzig ach klar das wird wieder cool findest äh warum scheiße wo war ein berenzino die kacke wenn du von rifi kommst dann müsstest du rechtseitiger die polizeistation haben und irgendwo rechts daneben dann glaube ich habe ich zumindest gerade im kopf ich glaube auch oder das große krankenhaus das ist aber im südlichen teil der stadt im südwestlichen teil das werde ich nicht mehr schaffen ich habe Hachipu ich glaube ich sehe das schon das ist immer so ein blaues haus gewesen ja genau das ist das blaue haus ist diese kleine krankenstation und dann hast du noch so ein richtiges krankenhaus im grosses ey ich sehe doch nicht toll das hätte ich halt auch einfach mit dieser blöden kurzen Hose spawnen ne dann werde ich schon instant krank mein rucksack mein rucksack malzeit 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 buch buch hier wird dem bt eigentlich super was ist schön ist der groove kreisel ja damit kann ich feuer machen ich muss die krankenstation finden Miele immer noch los ich habe ein wonder rucksack und sonst habe ich keinen plan was ich mache man muss sachen finden zum überleben dumm guck fang auch nur an wie der dungeon der mit deinem mhm mhm tscht tscht bruder wiii wie aber du bist schon noch in der stadt ne Miele V8 B2 bruder 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 abaus was heißt stadt ne pfuh was ist stadt Miele dir ist schon klar dass wir in eine stadt gelaufen sind das? Ja, also ich denke schon, dass ich noch da bin. Das war irgendwo hier vorne. Ich glaube, ich weiß, wie da wo es ist. Fick dich, Huhn! Also da hinten sind die Hohenhäuser. Hallo, Kiwi! Oh, ich weiß, da vorne ist es, glaube ich. Wie heißen denn die Dings im Game? Die Tabletten dafür? Ich hab's gefunden. Einfach straight Antibiotics. Uh! Oder so. Bila, was für hohe Häuser siehst du? Ja, mute dich mal, wenn du redest, Idiot. Ich hab danach gemutet, Junge. Was sind denn Tetralys? Die Tabletten-Nummer. Das müsste Antibiotika sein. Egal, davon döner ich mir auch ein paar rein. Eine reicht. Eine reicht? Ja, dann bekommst du dieses lustige Pillen-Symbol. Oh mein Gott, meine Hände sind wieder... Oh, ich hab Handschellen gefunden. Hallo. Der Chat sagt, ich hab die richtigen gefunden. Grüße! Willkommen! Ich muss mal kurz in seinem Stream gucken, ob das die richtigen sind. Aber da der wieder Werbung ist, fühle ich es mir da die richtigen. Ja, Mann, einfach alles reinpfeifen. Ich hab die nochmal gefunden, ey. Aktiv-Kohle-Tabletten. Ja, die brauchst du nicht. Na klar. Ja, die brauchst du jetzt aber nicht dafür. Malzahn! Malzahn! Du es! Biti, wo bist du? Bin bei Mila. Ja, ich hab die schon wieder gefunden. Pass auf euch. Ich hab Tabletten, ey. Jungs, bitte zur Seite. Ich bin gerade in Elektro. Ich muss mal kurz aussortieren. Scheiß auf die Angel, Alter. Scheiß auf die Jadis. Scheiß auf das Netz. Diff, diff, diff! Diff! Oh! Er wollte Flick-Flick-Ober, denk mal. Ich brauch Essen. Warte. Ich hab nichts. Bin verloren. Hast du eine Dose oder so? Nix. Boah, steck mich nicht an. Ach stimmt, ihr könnt die Leute anstecken, ne? Geh weg von mir. Echt? Scheiße. Ich glaub, ich bin bestimmt schon angesteckt jetzt. Fuck. Oh, und ich bin BT auch krank. Dann weiß er, wie das ist. Ich bin die ganze Zeit schon krank. Warte, bitte. Ich geh so schnell verloren. Da brauchst du nicht mehr reingehen. Da war ich schon. Kann ich roh essen essen? Wart, vielleicht kommt davon, wart. Kannst du, bist du krank, aber... Oh, Knochen. Nein, mach das nicht. Warum willst du denn an Knochen rumkauen, Alter? Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Leg die aus der Hand, ess die nicht. In der Not fress ich Knochen. Mama, oh, da ist ja ein Zombie. Boah, wie der dir hinterher rennt, Alter. Jetzt wirst du es da. BT, weißt du denn, wo ihr seid? Ja, da, wo du gestorben bist. Okay. Warum stream ich mit 7000 KB, Mann? Ich hab nur 6000 eingestellt. I don't understand this. Oh, you don't understand. Ich hab Kodin-Tabletten gefunden. Geil. Eine Adrenalinspitze. Geh weg. Okay, warte, ich guck mal eben wegen dem Stream. Ich stell mal eben was drunter. Was haben wir denn hier für Einstellungen? Ich restarte kurz. Okay, Chat? Zeig mir, im Duplo, wenn du das gehört hast. Keine Panik, Chat. Ich hab grad Zwillinge gekehlt. Okay, bis gleich.